So Freunde, Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder schweine kalt und ich bin wieder für euch unterwegs. Heute auf der U-Bahn Linie U2 und zwar am berühmten Potsdamer Platz in Berlin. Bevor das Video beginnt, ihr kennt das Spiel. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke auf alle Benachrichtigungen um nichts mehr zu verpassen. Habe ich noch was vergessen? Ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehen wir die Beleuchtung, modern mit der ganzen Werbung. Hier sind auch die meisten Touristen und wenn die hier so rumschlendern, sehen die gleich diese Werbung hier. Von überall her, die ganzen Ablenkungen. Kauf, Kauf, Konsum, Konsum. Lass dich ablenken. Spaß beiseite. Wir gehen kurz hoch und ich zeige euch mal ganz kurz den Center. Die Station von oben. Der erste Ausgang. Heute ein etwas längeres Video. Ich schätze mal so um die 30, 35 Minuten. Weil ich zeige euch den Platz mal richtig mit allem drum und dran und ausführlich heute mal direkt am Potsdamer Platz. Auch unten überall gibt es ja noch mal so andere Verbindungen. Also den Übergangsbahnhof. Und ich zeige euch mal ganz kurz den Ort am Bahnhof hinter. Natürlich auch an den Ausgang, ganz kurz. Ein kleiner Sneak Peek im Sommer sieht es natürlich viel besser aus. Ja, das ist hier Mall of Berlin. Das ist die Mall of Berlin. Nennt sich so. Ja, sowas haben die auch in der Dubai. Dubai Mall. Dann gibt es sowas in Kairo, wo ich war. Kairo Mall. Und das nennt sich hier tatsächlich Mall of Berlin. Ja, das ist ein großer Schuppen. Keine Ahnung, was das alles gekostet hat. Auf jeden Fall würde ich sagen, lohnt sich das jetzt nicht so unbedingt. Die Shops sind immer ständig leer, wenn ich da bin. Also so viele Besucher hat das Ding nicht. Direkt am Potsdamer Platz, das ist der erste Ausgang zum Shopping Mall. Haben die hier den Ausgang extra eingebaut hier. Für diese Shopping Mall. Weiß ich, wie viele die geblecht haben, damit die BVG hier nochmal den Ausgang ballert. Ja. Ja gut, die Mall ist ja jetzt auch neu. Die ist jetzt nicht so alt. Die gab es in den 90er Jahren nicht. Ich glaube so Anfang 2010. 2013. Weiß gar nicht. Da kann man nachgooglen. Solltet ihr jetzt mal machen, damit ihr auch mal Hausaufgaben habt. Ja, Potsdamer Platz. Ein sehr, sehr großer Ort. Ihr seht, wir haben sehr, sehr viele City-Centren. Und ja, das Ganze natürlich auch international vermarktet. Wir sehen hier, so sieht das hier im Sommer aus. Ist eine riesengroße Mall. Potsdamer Platz. Ich weiß jetzt nicht, woher der Potsdamer Platz seinen Namen hat. Gibt es in Potsdam einen Platz, der so heißt? Ich weiß es nicht. Das könnt ihr auch mal nachgoogeln. Und ja, der Potsdamer Platz. Feel the Pulse of Progress. Ja, I feel it. I feel it. Auf jeden Fall. Ist an sich auch ein ultra alter Bahnhof hier. Auf jeden Fall. Wir gehen mal ganz kurz durch bis zur S-Bahn hoch. Und dann unten diese komischen Lichter. Die gab es schon immer. Scheiß Wind. Schaut mal, wie es früher aussah. Ja. Hier nochmal ein zweiter Ausgang. Also einmal zum Mall direkt haben die wahrscheinlich neu dazu gebaut. Und dann einmal hier. Das war ja der normale Ausgang früher. Schätze ich mal. So, kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Die ganzen Automaten. Ja, Mann. Wie sieht das Gleisbitt eigentlich aus? Natürlich nicht wie in der Schönleinstraße. Voller Drogen. Aber ja, hier ist er so ruhiger und sauberer. Wie ihr seht. Ein paar Kippen mehr nicht so. Ein paar Reste. Kippenreste so. Wer die Leinestraße nicht kennt, sollte sich die Videos angucken. Der weiß bescheid. Oder was geht hier ab eigentlich? Auch voll am Arsch hier. Werbung rausgenommen, oder was? Ja, ist eine alte Station. Guck mal bitte hier das Ding an. Auch die Pfeile. Nun wird es alt. Einfach nur drüber gestrichen, wie immer. Ja. Gleisbitt aus. Sauber. Auf jeden Fall. Etwas ältere Benke geht so. Wir gehen hoch. Nahe neue U-Bahn. Oh, ein bisschen verwahrlosen. Das sehen wir jetzt auch hier ein bisschen. Geht schon, Bro. Geht schon. Zurückbleiben, bitte. Das ist der Potsdamer Platz-Vibe. Geht schon. Geht schon. Fahrstille durchsichtig. Das ist der Vibe, Freunde. Gehen wir mal hoch. Und gucken uns die anderen Seiten an. Da hinten gibt es ja noch, wo man runtergehen kann. Mit den komischen Lichtern an den Wänden. Das zeige ich euch auch. Potsdamer Platz ist ja vielseitig. Zeige ich euch kurz. Was sagt das Gleisbitt hier in den Ecken? Gar nichts. Keine Spritzen oder so. Easy. Die Benke sehen auch aus, Alter. Das vorhin waren neuere, was ihr gerade gesehen habt. Das sind so ältere. Geht so. Schilder sind okay. Naja. Hier vielleicht irgendwo ein paar Sputzen. Nee, gar nichts. Absolut clean hier so. Auch keine Kügelchen so. In grün oder blau oder sonst wie. Hauptaarlosigkeit natürlich sehr hoch. Gehen wir gleich an einem vorbei. Windig. Boah, das ist so kalt. Und dann der Typ. Du musst ja richtig Eier haben, die da für sowas. Der hat keine Wahl. Aber das ist schon... Fuck, bro. Heftig, Bruder. Nicht normal, wie die Leute das durchziehen, Alter. Er hat ja nicht mal was, wo er hingehen kann. Doch, wir haben hier Unterkünfte. Aber die wollen nicht. Die wollen nicht. Ist wahrscheinlich zu laut. Oder da sind viele mehr andere Leute drin. Viele andere mit drin sind. Aber ich wäre wenigstens zu Unterkunft gegangen. Auf jeden Fall. Hier im Sommer übernachten auch sehr viele Hauptaarlose. Ja, das ist der Potsdamer Platz auf der anderen Seite. Hier direkt mit Ritz-Kalten. Vorne einer der teuersten Hotels. In Berlin. Und dann diese S-Bahn-Station unten auch zeige ich hier. Ja, heftig. Heftiger Ort. Der Potsdamer Platz, der berühmte. So sieht das hier aus. Heftiger Bahnhof, auf jeden Fall. Hat ja zwar nichts mit der S-Bahn zu tun, aber ich dachte mir heute wirklich, ich zeige euch alles drum und dran. Schaut mal bitte, wie das leuchtet. Wie viel Strom hier verballert wird. Wie die Steuergelder. Da vorne der Ritz-Kalten. Eins der Gebäude. Das ist hier im Hotel Ritz-Kalten. Und ja. Ganz groß Potsdamer Platz. Hier kannst du Musikvideos drehen, Alter. Ja, Bro. Das ist der Shit. Auch hier ziemlich modern. Und lasst uns mal kurz runter, weil es nicht so windig ist. Bitch. Shit is crazy. Dann gehen wir hinten nochmal raus. Beim Ritz-Kalten, wenn wir schon hier sind. Schön Rolltreppen mit Lichtern drum und dran. Wie beim Bundestag zum Beispiel, wo es sehr teuer ist. Und schaut euch mal bitte diesen Anblick an. Potsdamer Platz immer schon so gewesen. Schaut mal, wie. Wie viele Lichter. Zum Teil wie modern das Ganze aussieht. Ich habe damals auch schon immer gedacht, wenn ich hierher kam. Boah, ist das geil hier. Wunderschön. Ein super glatter Boden. Damals waren hier sehr viele Brake-Tänzer. Hier habe ich auch mit trainiert. Damals waren hier sehr viele Brake-Tänzer. Die haben hier auch mit trainiert. Damals waren sehr viele Skateboarder hierher gekommen. Weil der Boni so schön glatt ist und man hier gut fahren kann. BMXer waren hier. Alles. Die haben sich dann hier so versammelt, getroffen und hier trainiert im Sommer. Im Winter ist natürlich schlecht. Aber im Sommer. Schaut euch das an. Hier so Schließfächer. Wenn du als Tourist hier bist und noch nicht einchecken kannst, kannst du hier deine Koffer abschließen. Für ein paar Euro. 5 Euro zum Beispiel. 24 Stunden. One day. Ja. Kannst den ganzen Koffer hier kreisen. Ich werde jetzt hier nichts anfassen. Aber warte mal, komm mal ganz kurz, da gegenüber war was auf. Dann seht ihr, wie groß das alles ist. Seht ihr das? Du kannst dir so einen Koffer reinschieben. Ganzen Koffer. Riesengroß. Das sind so kleine Fächer. Und das sind so große Fächer. Das heißt, du bist Tourist, kommst hierher. Stellst deinen Koffer, guckst ab, gehst spazieren. Und abends dann einchecken. Äh, ja. Der Typ muss jetzt mal sauber machen. Aber schaut mal hier, die Lichter. Heftig. Wie so ein Musikvideo. Heftig, Freunde. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort. Mit den ganzen Lichtern an den Seiten. Und ja, toller Ort. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Das wollte ich euch schon immer mal zeigen. Wenn wir dann schon am Potsdamer Platz sind. Da gibt es noch eine Shopping Mall. Das ist eine ältere Shopping Mall. Das ist etwas älter. Das ist der Arkaden. Kann ich euch kurz mal auch den Eingang zeigen vielleicht. Bevor. Das war hier die Zeit. Bevor Mall of Berlin und Co. Davor. Sorry, es ist echt kalt. Meine Nase läuft. Davor war dieser Center auch sehr, sehr bekannt. Sehr, sehr beliebt vor allem. Sehr viele Leute sind hier in diesen Center gegangen. Weil damals waren Arkaden oder sowas. Jetzt hat sich das umbenannt. Potsdamer Platz, the players. Heißt es jetzt. Auf jeden Fall waren damals hier alle in diesem Center. Wenn man zum Potsdamer Platz gegangen ist, ist man zu diesem Center gegangen. You know what I'm saying? Mall of Berlin ist einfach Neues. Damals gab es das nicht. Mall of Berlin ist jetzt der angesagte Club sozusagen. Hier kommt schon fast. Ja, hier kommen auch Leute her. Die Mehrheit ist bei Mall of Berlin. Da, wo sie investiert haben, da gehen auch die Leute hin. Und zum Teil auch nicht immer voll. Selbst am Wochenende ist es nicht immer voll. Weißt du, in Berlin haben wir das Phänomen, es wird so viel Steuergelder verballert. Vor allem in so komische Hochhäuser, in neue Einkaufszentren, wo ich mir denke, Bro, wieso baut ihr so viele Malls? Da geht doch kein Schwanz hin. Fragt unsere Politik. Wer will so eine Scheiß? Guck mal, die läuft dann 24 Stunden jeden Tag. Wer will so eine Scheiß Rolltreppe haben? Die Touristen wollen das auch nicht sehen. Schau mal, die läuft automatisch. Da ist kein Schwanz gerade dran und die läuft dann automatisch. Das ist auch alles Strom und Geld. Oder etwa nicht? Also ich packe es nicht, wenn ich sowas sehe. Ja, zusammen, so ist das. Ich bin eben ein Eilmann, ich bin ein Deutscher, der sich aufregt, der hier aufgewachsen ist. Weil ich finde das schon Verschwendung. Das ist eine pure Verschwendung. Schau mal, das läuft und läuft und das ist doch Strom, Diggi. Und dann erzählen die uns, dass es keinen Strom gibt, weil dann macht das mal die ganze Leiter aus hier. So was ich meine, macht doch die ganzen scheiß elektronischen Sachen hier aus. Wenigstens Nacht über, wenn der Scheiß hier nicht funktioniert. Wenn hier kein Schwanz da ist. Guckt mal, ein ganz großer Bahnhof, und hier ist kein Schwanz einfach da. Einfach keiner. Weil Berlin einfach zu viel hat. Berlin hat viel zu viel. Ja, viel zu viele Bahnhöfe, viel zu viele Malls, viel zu viele leere Hallen. Sehr, sehr viele leere Hallen. Das ist zu viel. Hier, die Lichter. Die Lichter jetzt auch nicht anfassen, aber so, guck mal. Das leuchtet dann auch irgendwo im Hintergrund. Was soll das denn sein? Wer braucht das denn so? Da eine Rolltreppe automatisch am Fahren. Da eine Rolltreppe automatisch am Fahren. Obwohl kein Schwanz damit rumfährt. Aber hier wird nochmal vermerkt. Seht ihr das? Damals war das nicht so. Heute wurde das vermerkt. Keine Inlineskates, kein Skateboard, kein Fahrrad. Also hier darfst du dann nicht rumlungern. Und den Boden kaputt machen. Die haben die auch schon dutzend Mal ausgetauscht. Und sauber gemacht. Und hast du es gesehen. Sehr, sehr viele Sachen haben die hier schon gemacht. Immer wieder neue Sachen reingebaut, eingebaut, dazu gebaut. Bodengewechsel. Ja, und da gibt es auch natürlich ein paar Dreckschweine, die einfach essen und dann hier alles liegen lassen. Das ist ein ultra großer Bahnhof hier. Das ist ein Übergangsbahnhof. Und dann hier mit dieser Riesenhalle. Hier direkt am Sony Center kann ich euch auch übrigens zeigen. Sony Center ist auch sehr interessant, wenn es da nicht gerade zu ist. Mal schauen, ob es überhaupt zu oder ob es überhaupt auf ist. Wenn nicht, müssen wir außen rum. Dafür bin ich ja da. Dann habt ihr nicht nur den Bahnhof, sondern auch das Ganze, die ganze Umgebung dazu. Hier ist der berühmte Sony Center, worüber keiner mehr spricht. Ich glaube, der ist sogar auch zu. Keine Ahnung. Da ist schon lange nichts mehr. Sony Center Potsdamer Platz. Ja, weil ich schon Jahre nicht mehr bin. Jahre nicht mehr. Schon ist zu. Kommst nicht rein. Da eine Umleitung zum U-Bahnhof. Und dann so komische Skulpturen hier, die kein Schwanz braucht. Schon wieder automatische Rolltreppen, elektronische Rolltreppen, die jeden Tag laufen. Ohne Sinn. Die Skulptur da hinten, auch ohne Sinn. Was die überhaupt ergeben soll, weiß ich nicht. Irgendwelche Hühnerbeine. Ich fasse es nicht. Gehen wir mal ganz kurz zum Bahnhof, zum S-Bahnhof. Und dann gehen wir kurz raus am Ritzkehalten, den teuersten Hotel. Einer der teuersten und nobelsten Hotels in Berlin. Wo eine Nacht 1.000 Euro kostet. So, Rolltreppe. Über Lichter. Hightech-Sachen. Hightech-Lichter. Mit eingebaut. Komisch. Hier ist der Bahnhof. Hier ist der S-Bahnhof. Auch wieder Bauarbeiten und Umleitungen, wie ihr seht. Überall ist immer irgendwas. Zum Kotzen, diese Umleitung, Alter. Jedes Mal ist immer irgendwas. Stromkabel zu sehen, einfach irgendwo rumhängend. Wie in der dritten Welt. Das ist Berlin heute, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Ich bin eh ein Berliner. Vielleicht mal kurz in die Mitte stellen. 360 Grad für euch, damit ihr so ein bisschen Gefühl habt. Wenn ihr mal herkommt, dann könnt ihr euch hier das alles auch anschauen und euch an meine Videos erinnern. Und euch dann sagen, ey, die waren schon virtuell hier. Der Herr Six hat uns das schon gezeigt. So, einmal 360 Grad für euch. Ein sauberühmter, Bahnhof. Ultra bekannt. Jeder kennt das hier. Jedes Schwein. Auch wiederum sehr nobel hier mit den komischen gelben, orangen Lichtern. Und dann mit dem ganzen Glas. Ummantelung von den Pfeilern. Ihr wollt nicht wissen, wie die Pfeiler vorher ausgesehen haben. Daher machen die so, kaschieren die alles. Ja gut, was sollen die auch machen? Ist auch ein alter Bahnhof an sich. Potsdamer Platz. Ist auch egal. Guckt euch an, wann dieser Mist hier gebaut worden ist. Seitdem verschluckt er die ganzen Steuergelder. Ja, ich finde das einfach nur, wie soll ich sagen, ich hätte nicht böse gemeint, ich bin auch nicht negativ drauf heute oder so, oder hatte auch keinen schlechten Tag, aber das verschlingt sehr, sehr viel Geld. Schaut euch mal bitte um. Guckt mal, wie viele Lichter brennen. Was fällt euch auf? Findet ihr das nicht ein bisschen zu viel? Auch wenn es die Hauptstadt ist. Guckt mal. Nachts kann man doch mindestens die Hälfte ausmachen. So, weißt du, was ich meine? Ich finde die mindestens nachts über ab, keine Ahnung, eins, zwei Uhr morgens, bis dann mindestens so sieben Uhr alles ausmachen. Nee, geht ja nicht. Die Uhrbahn fährt dann wieder ab. In der Woche fährt sie wieder ab vier Uhr. Ja, dann macht sie von null bis vier aus. Wenigstens vier Stunden am Tag. Energiesparken. Nee, die lassen alles an. Die Skulptur ist auch super hässlich, Alter. I don't know. I don't know, bro. I don't know. Aber ansonsten ist der Bahnhof schön. Ja, Nobel, schön. Ihr habt alles. Dann diese komischen Lichter oben. Sehr, sehr episch. Was das für ein Alien hier ergeben soll, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Rätsel. Ab und zu auch hier so in den Ecken sind Obdachlose. Aber da wollen wir jetzt nicht nachschauen. Ja. Ja, Potsdamer Platz, Freunde. Ein Riesenbahnhof. Wofür? Bleibt mir ein Rätsel. Es ist halt ein Business-Distrikt. Wohnungen hier sind unbezahlbar. Gehen wir das kurz dahinter. Zum Hotel. Hier steht noch ein Stück Berliner Mauer. Ein Stück Geschichte steht hier noch. Und zwar hier. Das ist hier ein Stück Geschichte, Freunde. Ein Stück der Berliner Mauer hier. Das ist Geschichte. Ganz, ganz viel Kaugummis hier. Aus den 80ern wahrscheinlich. Boah, da kleben noch richtig eklige Kaugummis. Kaugummis. Dutzend Kaugummis. Überleg dich mal bitte, wie alt die Dinger sind schon. Ja, also sind auch schon Stein. Zu Stein geworden. Ein Stück Geschichte hinter mir. 1989. Berliner Mauer. Gefallen. Es füht jetzt. Richtung Schöneberg. Fahren sie. Die Polizei. Schöneberg geht immer ab. Auf jeden Fall ist das einer der teuersten hier. Der Ritz Carlton. Ja. Ganz oben sind die Sweets. Ja. Braucht keinen Schwanz. Gehen wir mal hier rüber. Was das hier für ein Ding ist, weiß ich nicht. Der Sony Center ist leider zu. Sonst würde ich euch das Sony Center zeigen. Ist aber zu. Also kommen wir da nicht mehr ran. Hier sind lauter. Komische. Wie nennt man die Dinger hier? Da wo die Bauarbeiter schlafen. Oder Büros sind das oder so. Von dem Bauarbeiter. Aber ich weiß ja nicht. Das sind so komische. Wie nennt man die Dinger hier? Ich kann es vergessen. Nicht Kanister. Ey Bro, wie nennt man diese Scheißdinger hier? Sorry, ich weiß nicht. Wie nennt man sie? Wie nennt man sie? Ich bin kein Tourist. Ich meine, wie sagst du es in Englisch? Das ist ein Container. Ja, ich verstehe. Weil es das gleiche Wort wie in Deutschland. Oh ja. Danke, danke. Wo sind du? Brüssel, Belgien. Oh, Belgien. Ja. Wo ist die Stature von der Jungle von Dach? Ist es in Belgien? Ja, es ist die Stadt. Ich meine, es ist ein Land. Ja, es ist aus Belgien. Belgien, ja. Ich dachte immer, er ist aus Frankreich. Weil ich immer sprechen wie ein Franziker. Ja, das ist wahr. Ja, aber er ist Belgien. Er ist einer unserer Prides. Ich mache meine Videos, ja. Ich mache meine Videos. Oh, nice. Was machst du für die Videos? Ich mache, ich zeige Pläne, Fähigkeiten, Fähigkeiten, überall. Alles, alles. Ja, nice. Und wo bist du? Hustling, es ist sehr cool. Ich bin hier eigentlich aus Berlin. Oh, okay. Ja, aber ich mache das überall. Ich mache das überall. Ich mache das wie ich fühle, wie es geht. Ja, und du mache das immer in der Nacht? Nein, ich mache das in der Nacht, in der Nacht. In der Nacht, in der Nacht. Dependt auf wie ich habe das Zeit und wie ich fühle. Ja. Ich mache das immer. Ich mache das immer. Was ist der Name? J6. J6. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good night. Ja, ja, ja. In Belgien habe ich sehr guten Schokolade. Ja. Und ich erinnere mich in Belgien, 2001. Ich war das letzte Mal. 2002. Ich war ein sehr junger Mann. Ja. Ich war ein Kind. Und ich erinnere mich, ich probierte deinen Schokolade. Und ich probierte den belgischen Coca-Cola. Es ist verrückt. Ja, es ist sehr gut. Es ist anders. Ja, geil. Der Belgier ist der geilste. Ja, geil. Ja, geil. Have a nice time. You too. Enjoy the city. Ja, thank you. Thank you, bro. Also, wir haben kurz mal mit ihm gesprochen, die Leute, die kein Englisch kennen. Ja, Container. Das nennt sich Container, genau. Da schlafen wahrscheinlich die Mitarbeiter. Hey, wacht mal auf, ihr Penner. Auf jeden Fall sind das die Container. Die hören mich bestimmt. Und ich hab ihn gefragt, ey, Jean-Claude Van Damme. Der kommt ja aus Belgien. Ja. Wir gehen mal ganz kurz runter hier. Damit die ein Rozi auch in Ruhe ohne Wind runterrattern kann. Ja, ey. Einkauf ist Inspiration. Ich glaub's ja wohl. Kann auch Inspiration sein, klar. Aber es ist dennoch noch Konsum. Es ist dennoch Konsum. Ganz kurz. Ich erzähl euch mal ganz kurz, bevor ich die Bauarbeiter wieder ärgere. Zum Schluss, bevor wir abhauen oder das Video beenden. So. Auf jeden Fall hab ich ihn gefragt, hey, Jean-Claude Van Damme ist doch auch Belgier. Obwohl der wirklich wie ein Franzose aussieht und sich als Franzose sozusagen immer getarnt hat. Er meint, ja, ja. Ich meinte, wo ist seine Figur, die aufgebaut worden ist? Er meint, in seiner City. Das heißt, der junge Mann war super intelligent, so auf dem Motto. So auf dem Motto, diese Figur wurde in seiner Stadt gebaut, aufgebaut. Und du solltest das mal googlen, so auf dem Motto. So hat er dahin tendiert. Damit er mir nicht erzählen muss, wo das ist. So. Ein sehr, sehr intellektueller junger Mann, der mir ein bisschen Hausaufgaben mitgegeben hat heute. Cool. Finde ich cool. Ich wollte dann Direktor werden und er hat mir so ein Signal gegeben auf dem Motto, finde es selbst heraus. Cool. Coole Unterhaltung mit dem jungen Mann. Der kommt aus Belgien, geht in Belgien spazieren und kifft. Er hat so einen Stängel in der Hand gehabt. Sein Ding. Er ist noch jung, der macht seine Erfahrung. So. Ey, Penner! Seht ihr das? Die ganzen Journalisten, die unten sind, da schlafen Leute. Hier oben, da ist keiner. So, an den Ecken da zum Beispiel ist keiner. Aber... Haha, Digga, das ist schon... Das fühlt sich schon eklig, weil die hier direkt hier in der City leben. Die kacken bestimmt ab weiter. Das ist schon. Lucky! Spaß beiseite. Freunde, das ist der Potsdamer Platz. Das war der Potsdamer Platz. Was auch paradox ist, diese Tafeln haben die tagsüber an und jetzt haben sie sie aus. Aber alles weitere läuft. Guck mal. Die Tafeln sind aus von Ströer. Ja, dann mach doch alles am besten an. Wenn alles an ist, dann kann auch alles andere auch an sein. Dann spart doch nicht. Wenn mich jetzt hier jemand sieht, denkt, ey, was ist das für ein Verrückter, der mit sich selbst quatscht. Tja, so bin ich. Wisst ihr, ich fühl mich gar nicht so alleine, wenn ich meine Kamera an habe oder so mit meinem Handy rumlaufen mit dem Stick und das hier für euch filme, habe ich immer im Hintergedanken, dass ihr das auch zuseht, gerade in dem Moment. Und natürlich bin ich nicht so alleine. Ich gucke dann so in die Länder und sehe, ey, hunderte von Menschen gucken mir zu. Ja. Noch bin ich nicht so weit, wo ich sagen kann, tausende von Menschen oder Millionen von Menschen, aber hunderte von Menschen, einige hunderte von Menschen gucken mir zu. Und das täglich. Und das ist schon krass. Ja. Gehen wir mal ganz kurz auf dieser Seite hoch, aber auf der anderen Seite sind wir willkommen. Hier, was mich richtig ankotzt in Berlin, Baustellen überall. Umleitungen, Baustellen, wieder hier bis zum 27.01. schon längst vorbei, trotzdem hier noch stehend. Verstehe ich nicht. Da mach du die scheiß Pisstafel weg. Ja, Bruder. Mall of Berlin Werbung nochmal hier, dass du so händlang gehen kannst. An den Treppen auch sehr gut platziert. Alles schön für den Konsum, klar. Und wir gehen jetzt einfach hier entlang. Warum auch nicht hier am Bahnhof? Komm, gehen wir mal kurz runter. Hier direkt Fernbahnhof. Das ist der Fernbahnhof. Hier könnt ihr deutschlandweit auch sozusagen unterwegs sein. Hier steigst du ein mit Flix Train oder mit dem ICE zum Beispiel. Wir haben schon übrigens 2.32 Uhr. Ich bin sehr, sehr lange für euch unterwegs, wie ihr seht. Ja, sonst kriege ich nicht alles unterm Hut. Und der junge Mann hat ja auch gerade gefragt, bist du nur nachts unterwegs oder auch am Tag? Ich meine, ich bin immer am Tag, nachts, wie auch immer. Je nachdem, wie ich die Zeit finde und nicht auf Druck. Ja. Hier sehen wir natürlich super modern. Die Haltestelle hier. Nach Nauen, Berlin Hauptbahnhof tief. Nur ungefähr ein halbes Spandau. Über See. Seegefeld, Falkensee. Finkenkrug. Brise lang. Alter, was die Namen. Schwerdorder. Naun wieder. Ja, das sind halt so Zwischenstopps hier. Der Hauptbahnhof ist eigentlich der eigentliche Bahnhof. Das hier ist auch wie so eine Art Hauptbahnhof. Wenn die Touristen keinen Bock haben, da umzusteigen oder schnell dahin zu kommen, dann fahren sie einfach hier mit. Die Züge halten hier meistens auch an der Station. Je nachdem, wie ihr gebucht habt. Und dann kommt ihr auch schneller ans Ziel. Schneller nach Hause. Dann müsst ihr nicht erst zum Hauptbahnhof fahren, sondern könnt hier auch einsteigen. Und darum, das ist hier die Idee. Ihr könnt hier einkaufen, konsumieren, euren Konsum betreiben. Dafür ist das hier auch gedacht hier. Und dann kommt ihr hier runter, falls ihr keine Zeit mehr habt, weil Berlin hat wirklich sehr viele Ablenkungen. Berlin ist schlimmer als New York. Wirklich. Im Sommer? Boah. Alle Leute, die nach Berlin kommen im Sommer, die wollen hier gar nicht weg. Die sagen, hey Bro, ich lieber verlängern. Ich sage, Bro, ist dein Problem. Ich habe dir gesagt, bleib etwas länger. Bucht immer gleich für 10 Tage oder 14 Tage. Also wenn du nach Berlin kommst, würdest du mindestens zwei Wochen kommen. Wirklich. Minimum. Minimum zwei Wochen. Weil eine Woche ist Blödsinn. Du spürst nichts. Hier gibt es so viel zu sehen. Schaffst du nicht. Schaffst du nicht. In einer Woche schaffst du nicht. Ja. Heftig. Und so sah Berlin früher aus. Potsdamer Platz 1800. Ja, haben wir doch die Informationen. Wurde im Jahre von 1838 aufgebaut. Und so sah das aus vorher. Heftig, Bruder. Krank. Da war wohl nichts mit Mall of Berlin. Ja. Ja. Ja, ja. Unter den Linden. Bla, bla, bla. Potsdamer Platz 1910. Super interessant. 1910er Jahre. 20er Jahre. 20er Jahre. 10 Jahre. Das ist schon krass. Wenn du so hörst. 10er. 1910er. Das schmarrt. Boah. Es ist kalt. Bitterkalt. Ich hänge morgens um halb drei herum. Aber ich finde sonst keine Zeit. Ich habe so viel tagsüber zu tun. Ich kann nicht jeden Tag YouTube Videos drehen. Ich habe einfach keine Zeit. Ja. Bleib gut. Bekomme ich her, wann ich kann. Und drehe die Videos für euch. Ich opfer sehr viel für meinen YouTube Kanal. Wirklich. Sehr viel. Das wissen nicht alle zu schätzen. Denke ich manchmal. Ich reiße mir auf jeden Fall meinen Arsch auf. Ja. Obwohl ich auf meinem zweiten Kanal viel stärker steige. Und sich das auch dort mehr lohnt jetzt zur Zeit. Aber ich mache trotzdem dennoch meinen deutschen Kanal weiter. Mein Hauptkanal J6. Auf J6TV bin ich schon auf 26.000 Abonnenten. Und diese 22.000 Abonnenten auf diesen Hauptkanal. Dafür habe ich fucking zwei Jahre geworden. Und jetzt komme ich aufs demnächst im Sommer. Mache TikTok. Mein TikTok ist auf 72.000. Verrückt. Hier nochmal der Platz. Mein TikTok ist auf 72.000. Mein Zweitkanal. Was ich in einem halben Jahr aufgebaut habe. Nicht mal. Drei Monate. Ganzer Sommer. Letztes Jahr. 22.000. Ist auf 26.000. Und mein Hauptkanal gerade mal auf 22.000 sind. Ist schon irgendwo unfair. Klar. Umso mehr du das machst. Umso mehr Erfahrungen nimmst du mit. Und machst den Zweitkanal auf. Und weißt genau wie was funktioniert. Ist alles richtig. Ich will ja nicht rumheulen. Aber es ist irgendwo traurig. Ne. Dass dann irgendwie die neuen Kanäle besser laufen als der alte so. Oder ich mit dem alten langsam vorange. Ich komme zwar voran. Aber ich komme nur langsam voran. Fuck it. Es geht weiter Bro. I got it. Anyways. Insgesamt. Mit meinen ganzen Social Media Kanälen. Habe ich über 100.000 Abonnenten. So. Wir gehen jetzt den Weg zurück. Und dann beende ich auch das Video. Was ist noch am Platz? Berlin City, yo. Wobei diese Pissrolle. Die mir auch schon auf den Sack gehen. Und dann fahr damit im Sommer sehr gerne. Im Winter rutschst du nur aus. Und jetzt vizipal brauchst du Handschuhe. So. Freunde. Unsere Reise geht hier zu Ende. Das ist Berlin Potsdamer Platz. Wir sind jetzt bei knapp 33 Minuten wie ich sehe. Vielleicht finden wir noch interessante Persönlichkeiten zum Schluss. Wer bis hierher durchgezogen hat, ist der Meister seines Lebens. Bei mir will ich zugucken. Ich sage schon mal tschüss. Mein Name ist Six. J6, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Was haltet ihr von diesem Video? Von dieser Reise? Könnt ihr unten in den Kommentaren mal rein schreiben. Ich hoffe, die Reise hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grüße aus Potsdamer Platz. Berlin Mitte. Verwendest du? W подготов к dieser Reise? Wie hospitals.